Wir haben jetzt jeweils Katas und Tims Perspektive eingenommen und erkundet, wie es den beiden geht und welche Bedürfnisse aktuell frustriert sind. Bei den Sichtweisen haben wir uns angeschaut, wie die beiden die Situation individuell wahrnehmen und was in ihren Augen passiert. Bei den Gefühlen haben wir betrachtet, wie es den beiden in der Situation geht. Hier kann auch Körpersprache und Empfindung mit einbezogen werden. Außerdem haben wir uns angeschaut, was Reaktions- und Schmerzgefühle sind. Bei den Bedürfnissen sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben uns gefragt, was hinter den Gefühlen steckt und was die Personen jeweils in der Situation brauchen. Der nächste Schritt im U-Prozess ist der der Handlungsoptionen. Was können Tim und Kata dem oder der jeweils anderen anbieten? Wie können sie sich einander entgegen kommen? Wie können sie auf die Bedürfnisse der oder des anderen reagieren und damit gemeinsam eine Lösung finden? Könnte Tim Kata beispielsweise anbieten, bestimmte Aufgaben eine Woche vor der Präsentation zu erledigen? Könnte Kata Tim anbieten, bestimmte Treffen auch digital abzuhalten? Wurden von beiden Seiten Handlungsoptionen angeführt, kommt es idealerweise zur Übereinkunft. Die beiden Parteien einigen sich auf eine Kompromisslösung, die beide abholt und den Bedürfnissen beider Parteien entspricht. Nach der Übereinkunft werden dementsprechend erste Umsetzungsschritte besprochen. Wann findet das nächste Treffen statt? Wie viele Treffen wird es geben? Um Konflikte auf professioneller Ebene zu klären, wird offenbar das Beratungsformat Mediation herangezogen. In einer Mediation werden zwei Parteien zusammengebracht und von einem oder einer Mediatorin angeleitet. Auch hier wird der U-Prozess angewandt. Sichtweisen, Gefühle und Bedürfnisse der Parteien werden erkundet. Das zeigt Fall 1. Außerdem wird das Verstehen der anderen Partei gefördert und der Perspektivwechsel angeregt. Das ist unter Fall 2 angedeutet. Aus dem Konflikt von Kata und Tim können wir viel für uns selbst lernen. Wichtig ist es zunächst, sich selbst und das eigene Konfliktverhalten zu kennen. Oftmals ist die eigene Sichtweise durch einen Konflikt stark auf sich selbst konzentriert. Der Blick für eine andere Sichtweise geht dadurch verloren. Eigene Schmerzgefühle und Bedürfnisse sind oft unbewusst. Sehr präsent dagegen sind die Reaktionsgefühle. Eine eigene Einschätzung dahingehend und eine Kommunikation der eigenen Schmerzgefühle und Bedürfnisse kann bereits hilfreich sein. Neben der Selbstwahrnehmung ist auch der Perspektivenwechsel und Empathie für das Gegenüber entscheidend. In einer Konfliktsituation den Weitblick behalten und auf Sichtweisen Gefühle, Bedürfnisse des oder der Gegenüber eingehen zu können, ist absolut entscheidend. Dazu kann beobachtet, explizit nachgefragt und das gehört in eigenen Worten wiederholt, also paraphrasiert werden. Ziel ist es, in einem Konflikt sein eigenes Konfliktverhalten zu kennen, aber auch den oder die andere in der Tiefe zu verstehen, um daraus dann Implikationen für die Lösung des Konfliktes erarbeiten zu können.